Hallo, mein Name ist Christian Madlener. Ich bin Geschäftsführer vom Grillshop Madlener in Dornen. Wir beschäftigen uns das ganze Jahr sehr intensiv mit dem Thema Grill. Auf der Gustav werden wir die besten Marken der Welt präsentieren. Darüber hinaus einiges neues an Zubehör und Terrassenheizern fürs Freie. Servus miteinander, ich bin's der Benni. Ich bin für den Verkauf zuständig und für die Grillseminare. Zu mir kommen viele Kunden mit einem großen Fragezeichen und gehen mit dem passenden Grill heim. Hi, ich bin Martin, ich schaffe den Madlener Grillshop. Ich bin für Service und technisch zuständig für den ganzen Grill. Ich bin Sandra und Schulgestein von der Firma Madlener. Im Aufgabengebiet bestand er eine Büroleitung zu haben und der Online-Shop zum Betreuen. Hallo, ich bin der Nette. Wir möchten, dass unsere Kunden nicht nur einfach ein neuer Griller bei uns kaufen, sondern dass sie es sicher weiterbilden und viel ausprobieren. Wir haben eine eigene Werkstätte, geschultes Personal und servisieren beinahe jeden Grillern. Unsere Kunden werden von Anfang bis zum Fuß betragen. Das heißt, von der Beratung und dem Kauf bis hin zu Grillseminaren und zur Servisierung ihres Grillers. Ich würde mich freuen, wenn du uns bei der Gustav besuchen würdest. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf der Gustav treffen könnten. über Mitt moved. Verstehen uns auf dem Weg. Bis zum wenig zu abonnieren.